Im Wald, im Odental, schön, peinsam, idyllisch, mit klarer Luft, keine Autobahn, auch immer schön. Die sind sonst nicht so, nur am Wochenende sind die so, sonst sind sie konzentriert. Eine kleine Machete, gehört auch ein bisschen dazu, um reinzukommen. Das ist ein Waldmensch, er mag Holz. Du hast dein Messer, nein, das ist dein Messer. Lungs, Kameraden, ignorieren kurz, nur begleiten. Ui, mach ihn nicht kaputt. Immer wieder gern gesehen. Das ist schon so ein Naturmensch, ne? Das ist eigentlich eher Erdogan. Ich versuche immer so ein bisschen was nebenbei zu verdienen. Wie wir jetzt gehen, das ist meine sogenannte Lakritzpistole. Komplett aus Lakritz. Das ist nicht meine. Nicht so von der Seite, das macht mich dick. Wir sind halt nicht trainiert. Aber beides, echt schnell, ist immer bereit, die bösen Jungs, überall aufzuspülen. Das Ding festzumachen. Moos dieser Art, liegt immer eine Leiche drunter. Eine Probe, ihr kommt zur Ruhe.